Britta Heidemann im DFJ-Interview. Britta, warum haben Sie es nicht geschafft, die Leistungen abzurufen, die Sie sonst abrufen? Was wollen Sie überhaupt von mir? Wollen Sie gute Ergebnisse oder wollen Sie ein schönes Gefecht? Wir wollen eine Antwort. Sie bringen ja sonst immer gute Leistungen und heute hat es nicht geklappt. Ja, also ich weiß nicht, ich lege mich hier gleich bei Leverkusen in die Kältekammer und dann sehen wir weiter. Ja, immer die gleichen Fragen. So eine Scheiße. Ich habe keinen Bock mehr. Wir haben uns die sympathischer vorgestellt.